Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren V-Log zu meinem Internet-Problemchen, sage ich mal. Ich habe hier gerade noch Magix offen. Ja, ich sitze diesmal vor meinem PC. Hier drüben sehen wir dann so diverse Anzeigen, die Grafikkarte, ein bisschen die Prozessorleistung etc. pp., dass ich das immer ein bisschen im Überblick behalte. Ja, und ich habe Magix offen. Wie wir sehen, läuft noch kein Projekt direkt. Es ist alles leer. Logisch, weil ich nehme es ja gerade auf. Ich habe immer noch kein Internet, wie wir vielleicht festgestellt haben hier da oben. Vielleicht kann man es erkennen, wenn die Kamera sich scharf stellen will, wollen, würde, was ich nicht tut, nicht so richtig oder nicht kann. Oder ich nicht damit umgehen kann, naja, egal. Jedenfalls, das war wieder mein Stuhl. Der quietscht halt gerne. Hier, wo ein Fensterstatur leuchtet. Also die Maus. Um zum Thema zurückzukommen. Ich habe das ja das letzte Mal schon geschafft, wunderbar auf ein Thema abzulenken, indem es im Mai geschneit hat. Ich habe immer noch kein Internet, aber es gibt gute Neuigkeiten. Und zwar ist angesetzt für den 23.5. soll eine Schaltung passieren, in der wir dann, in der ich dann quasi erstmal wieder einen Anschluss habe, laut einer magentafarbenen Firma. Und wenn das passiert ist, kann ich bei dem eigentlichen Anbieter, wo ich hin will, die können dann quasi wieder in diese Leitung rein und können mir dann sagen, ja, hier, Hardware kommt an dem und den Tag und der Techniker kommt und schaltet dir das und dann hast du auch wieder Internet und kannst wieder normal leben. Ich habe langsam keine Bücher mehr. Scherz. Naja, jedenfalls. So ungefähr der 23.5. ist angesetzt. Ich hoffe, bis dahin geht alles klar. Ich werde zwischendurch dann immer noch mal irgendwo gucken müssen, wo ich meine E-Mails überprüfen kann. Und ja, bis das halt passiert ist, bis das passiert ist, gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Ja, Blender-Shortcuts. Und bis es soweit ist, hier passiert halt leider gerade nicht viel, möchte ich auch nicht zu viel zeigen, außer vielleicht nochmal eine Tür. Und bis das passiert ist, hier gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden in meinem Kanal, im Diskussionsteil, schreibe ich auch nochmal alles rein, wie es momentan aussieht. Also jeden Sonntag aktualisiere ich das. Ihr dürft euch da gerne daran beteiligen, könnt was dazu sagen oder auch nicht. Das ist ganz euch überlassen. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Und wie gesagt, ich kann halt immer nur sonntags in der Regel mal darauf zugreifen, dass ich da dann mal wenigstens meinen Status aktualisieren kann, so wie heute. Alles klar. Das soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dahin, macht euch noch einen bunten. Viel Spaß. Macht keinen Blödsinn. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Zuschauen. Ihr kennt den Spaß. Dankeschön.